Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es einmal um die Aktie von Activision Blizzard gehen und ein paar Fakten, die ich halt zu diesem Unternehmen rausgesucht habe. Denn aktuell der Lawsuit, den wir haben, ist eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt noch einige Sachen, die man zu Activision Blizzard einfach wissen sollte und je weiter das Video geht, desto dunkler wird das auch. Also wie immer, das ist keine Anlageberatung, sondern halt nur meine persönliche Meinung. Fangen wir aber mit dem aktuellen Grund an, warum die Aktie fällt, was aus meiner Meinung nach halt noch das geringste Problem ist. Denn der Staat Kalifornien hat sie angeklagt wegen systematischer Diskriminierung und ignorieren und tolerieren von sexuellen Übergriffen am Arbeitsplatz. Fangen wir aber an beim Gehalt. Hier wurden Frauen offen benachteiligt und hier wurde zum Beispiel gesagt, dass sie ja schwanger werden könnten und daher hat man sie halt nicht befördert. Das ist eindeutig halt schon mal gegen das Gesetz. Genauso haben die Mitarbeiter halt öffentlich ihr Gehalt mitgeteilt den anderen, was erlaubt ist und was auch nicht verboten werden darf. Und das wurde halt wiederum verboten, was ein weiterer, ja halt Anklagepunkt sein könnte, was sie halt da beim Gehalt und bei der Diskriminierung falsch gemacht haben. Auch zahlt Blizzard weniger als die Konkurrenz allgemein als Gehalt und oft kommt das halt einfach aufgrund ihres Status und Rufs dazu, dass die Leute überhaupt in Erwägung ziehen, dass sie hier überhaupt den, ja, den Arbeitsplatz annehmen. Bei Activision Blizzard gab es aber einen Weg für Frauen befördert zu werden und das waren oft sexuelle Tätigkeiten. Auch ist es bei Blizzard normal, dass viele Führungskräfte halt Untergebene heiraten. Das heißt, hier gibt es sehr viele Beziehungen am Arbeitsplatz, was jetzt nicht unbedingt illegal oder moralisch verwerflich ist, jedoch halt ein Symptom von dem ist, was da halt die Kultur ist. Ein weiteres Problem war dann natürlich auch diese ganzen Vergehen sollte halt mal irgendwas falsch laufen zu melden, denn die Personalabteilung hat mehr oder weniger alle Beschwerden ignoriert, was auch kein Wunder ist, denn eine dieser Führungspersonen konnte man auch auf ein Foto in der sogenannten Bill Cosby Suite sehen. Bill Cosby Suite ist natürlich kein guter Name, denn wer nennt schon einen Raum nach einem Bekannten Vergewaltiger und wer natürlich hier mehr wissen will, kann sich gerne dazu noch ein paar andere Videos anschauen, jedoch möchte ich das hier bei dem Zeitpunkt einfach halt mal so belassen. Aber das Ganze hat auch einen traurigen Höhepunkt genommen, als sich eine Mitarbeiterin sogar aufgrund dieser ganzen Situation mit der sexuellen Belästigung das Leben genommen hat. Also wir reden hier nicht von irgendwelchen Lapanien, sondern es sind schon ernsthafte Dinge dort passiert, weswegen auch ein Staat halt die Anklage macht und es nicht halt von einer einzelnen Person ausgeht, die sich halt nur über die Arbeitsbedingungen beschwert. Das Ganze führt uns dann auch zu Punkt 2, denn was ein weiterer Sargnagel in Blizzards Image jetzt war, ist halt nur ein weiterer Sargnagel, davor gab es einige andere schon. Der erste war die Situation mit Blitzschang, während eines E-Sports Events hat er seinen Support für Hongkong kundgegeben, als es halt da zu den Protesten kam und daraufhin wurde er vom Turnier ausgeschlossen. Und auch noch die Moderatoren wurden beide einfach fristlos gefeuert. Das hat natürlich bei der Community als auch beim eigenen Team nicht so wirklich auf positiven Rückhalt gestoßen und deswegen gab es auch einige Proteste schon zu dieser Zeit bei Activision Blizzard. Der nächste Sargnagel war dann Diablo Immortal. Das Ganze wäre auch halb so schlimm gewesen, hätte man das richtig kommuniziert und man konnte ja einfach sehen, wie halt die Führung, die Lead Developers und alle halt keine kommunikativen Stärken hatten. Das ist ehrlich schon sehr peinlich gewesen, um das mal nett auszudrücken. Aber den traurigen Höhepunkt nahm das Ganze dann mit Warcraft 3 Reforged. Das mehr oder weniger unspielbar auf den Markt geworfen wurde und auch viel schlechter war als das eigentliche Original. Das hat auch dann dazu geführt, dass es aktuell das am schlechtesten bewertete Spiel ist. Hier haben sie eine Bewertung von 0,2 und das zweitschlechteste ist das letzte Madden von EA, weil das genauso unspielbar war. Aber wenn man selbst einen Madden Titel halt da noch schlagen kann, das ist natürlich doch sehr peinlich für ein Entwicklerunternehmen, das eigentlich einen so guten Ruf hat halt wie Blizzard. Das Ganze lag aber auch an der Kultur bei Blizzard, denn Programmierer geben keine Probleme weiter, da die Vorgesetzten ein paar negative Reviews geben müssen und das natürlich dann halt jedes Mal als ja negative Sache halt über deren Köpfen schwebt, denn sie verlieren damit auch bares Geld. Das heißt, hier ist keiner gewillt, halt wirklich die Probleme der Führung mitzuteilen und auch die Führung hat das gleiche Problem, denn sollten sie Probleme mitteilen, wird das Budget gekürzt und wir haben hier eigentlich nur eine ganze Situation, wo keiner die Probleme den anderen mitteilt, bis es halt zu spät ist und das hat sich bei Warcraft 3 Reforged halt einfach gezeigt. Hier hat man dann kurz vor der Veröffentlichung gesehen, ja das Spiel ist gar nicht spielbar, also hat man mehrere Teams von anderen Projekten abgezogen, denn man wollte das halt zum letztmöglichen Termin rausbringen, denn ansonsten könnte man die Preorder zurückgeben. Und am Ende hat das einfach dazu geführt, dass das Spiel bis heute immer noch nicht, ja wirklich spielbar ist. Diese ganzen Sachen hatten bis jetzt einfach noch keinen wirklichen Ausfall auf die Zahlen, jedoch scheint das sich mittlerweile zu ändern, denn viele Sponsoren sind vor der E-Sports League, also Richtung zum Beispiel Overwatch zurückgetreten. Und darunter zählen zum Beispiel T-Mobile, TeamViewer, Kellogg's, Pepsi, Coca-Cola und State Farm. Hier haben wir natürlich einige große, ja Werbekunden und das Besondere oder eigentlich das Negative, was ich jetzt anmerken will, beim Earnings Call hingegen wurde noch von steigenden Umsatz bei halt der Werbung gesprochen. Was natürlich jetzt schwierig wird, wenn einige der größten, ja Käufer von Werbung einfach jetzt zurücktreten und sich nicht mehr mit dir halt als Werbeträger sehen lassen wollen. Und das ist natürlich dann ein herber Rückschlag und das war auch nicht das erste Mal, dass ich beim Earnings Call wirklich das Gefühl hatte, dass hier nicht offen und ehrlich die aktuelle Situation beschrieben wurde. Das hier ist jetzt aber auch kein Einzelfall, denn es gibt hier jetzt natürlich auch eine Klage und die kam natürlich dadurch, dass es die Ermittlung zu den ganzen Sachen, die da passiert sind, schon seit zwei Jahren gab. Und Activision Blizzard ist nun mal verpflichtet, sowas auch mitzuteilen, da sie nun mal dann in höhere Risiko ist, halt angeklagt zu werden. Und dafür gibt es natürlich den jährlichen Bericht und da muss man sowas nun mal eintragen. Und aufgrund dessen, dass sie das nicht gemacht haben, haben sie jetzt auch noch zusätzlich ein Class Action Law Street von den entsprechenden Shareholdern am Hals. Und meiner Meinung nach könnten sie da auch recht gute Chancen haben, da es glaube ich nicht sehr wahrscheinlich ist, dass sie zwei Jahre von solchen Ermittlungen nichts gewusst haben. Aber das ist auch nicht die einzige von, an der sie jetzt kämpfen müssen, denn aktuell erwägt ja auch China einen Bann bei Videospielen. Die haben sie ja auch das Opium fürs Volk genannt oder so ähnlich. Und da sie 10% im asiatischen Raum machen, könnte es hier natürlich auch einen weiteren herben Rückschlag geben. Kommen wir aber dann zum letzten Punkt, der auch eine rote Flagge ist beim Research und zwar haben wir hier einen CEO, der überbezahlt ist. Hierzu kann man unzählige Artikel finden. Das kommt also nicht jetzt von mir, sondern das ist allgemein so anerkannt. Aber auch der Rest der Führung ist nicht besser. Hier haben wir nicht Leute, die irgendwas mit Videospielen oder Programmierung zu tun haben, sondern viele Politiker, besonders von den Republikanern. Hierbei ist das ehemalige Mitglied der Trump-Regierung ihr noch das geringste Problem, denn allgemein haben sie wohl mehr Erfahrung mit Folter und Menschenrechtsverletzungen als mit Programmieren. Hierzu möchte ich noch einmal abschweifen zur Anwaltskanzlei, die sie beauftragt haben, um die Umstände im Unternehmen zu verbessern. Denn diese haben nicht nur einen Interessenskonflikt, weil sie schon vorher mit Activision Blizzard halt Geschäfte gemacht haben, sie haben die halt vertreten, sondern sie sind auch dafür bekannt, zuletzt bei Amazon Gewerkschaften zu zerschlagen und halt gegen ihre Gründung vorzugehen. Das ist also keine Firma, die halt für die Angestellten ist, sondern halt wirklich für den Arbeitnehmer. Deswegen will auch oder wollen die Angestellten von Activision Blizzard natürlich auch nichts mit denen zu tun haben. Ein weiterer Grund, warum ich die jetzt hier genannt habe, ist, dass sie auch halt den rechtlichen Rat gegeben haben für die CIA während der Bush-Regierung. Und wenn man sich auskennt, was während der Bush-Regierung so passiert ist, weiß man, wofür sie rechtlichen Rat gegeben haben. Aber eine weitere Person, die ich hier noch einmal einzeln vorstellen will und ihre Beziehung mit Abu Ghraib, das will ich hier auch nochmal thematisieren und das ist Fransons Townsend. Als erstes ist sie in den Fokus gerückt, als sie als Reaktion auf die Anklage einen Artikel auf Twitter geteilt haben hat, der einfach die Überschrift hatte, das Problem mit Whistleblowern. Das ist natürlich keine Art, sich irgendwas halt nach außen zu kommunizieren, gerade bei Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung, die einfach ignoriert wurden. Aber da konnte sie PRT-Desaster-Technisch einfach noch nicht Schluss machen. Denn sie musste noch eine interne E-Mail losschicken, die so schlimm war, dass 2500 Angestellte neben anderen Sachen zur Verbesserung des Arbeitsklimas halt auch ihre Kündigung konkret gefordert haben. Aber selbst der CEO musste sich halt für diese interne E-Mail entschuldigen, weil sie nun mal so schlimm war. Aber was will man halt auch schon von einer Person erwarten, die Abu Ghraib besichtigt hat und später in Interviews gerne mal immer wieder erweiterte Verhörmethoden verteidigt hat. Und wer ja nicht weiß, was erweiterte Verhörmethoden sind, das ist Waterboarding. Also ich denke mal, vielleicht ist sie gar nicht mal so schlecht für Activision Blizzard. Denn zumindest kennt sie sich mit schlechten Bedingungen aus. Also zusammengefasst, SAI mäßig, also Social Responsibility, ist natürlich Activision Blizzard eine ganze Katastrophe. Ich persönlich habe ja zum Beispiel Unternehmen dabei, wie zum Beispiel eine Lockheed Martin oder auch eine kontroverse Unternehmen, sind halt auch Tabakunternehmen. Aber irgendwo muss ich auch einen Schlussstrich ziehen und das ist nun mal bei Activision Blizzard. Hier denke ich mal, dass ich nicht Personen fördern will, die halt aktiv bei Menschenrechtsverletzungen halt dabei waren. Und deswegen ist für mich einfach nicht die Aktie zu verkaufen, sondern einfach nur die Umstände und das Führungspersonal bei diesem Unternehmen. Hier würde ich nur einen weiteren Kauf oder einen Kauf generell erwägen, sollte sich hier die Führung halt austauschen. Das soll es aber gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Video.